Guten Tag, ich heisse Leslie Henni und das sind die Top-News der Woche auf see-today.ch Eine neue Android-Malware tarnt sich als System-Update. Sie stillt Daten der infizierten Geräte. Mit der Malware können Angreifer die volle Kontrolle über das Gerät übernehmen. Andreas Huber verlässt die Competech-Gruppe. Er war der Leiter von Brack.ch Business. Löwe startet ein Click-and-Collect-Programm. Kundinnen und Kunden reservieren ein Gerät auf der Löwe-Webseite und holen es dann beim Fachhändler ab. Oder lassen es von ihm liefern. Diese und viele weitere spannende News finden Sie auf see-today.ch Wenn Sie täglich wissen möchten, was in der Schweizer CE-Branche läuft, dann meldet Sie sich für unsere Gratis-Newsletter an unter see-today.ch slash newsletter. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende, viel Spass beim Osternest suchen und natürlich auch viel Vergnügen beim Lesen. Und dann aber auch noch ein nachhunterer. Soll das werden Sie sich für die Markhändler verbaut! Jetzt kuen Sie die Kurk- und Sie in der Halin, natürlich auch als Holden sollt. Jetzt kommt die Kurk- und Sie in der diese Kurk- und Sie in der Höhe 2-4-5-4-4-3am. Genau! Auch die Kurk- und Sie in der Höhe noch die Kurk- und Sie in der Höhe noch die Kurk- und Sie in der Höhe noch nicht.